Der heutige Backfischfest-Blog wird dir präsentiert von Kaffee.de. Boah, dir am Montag sind wir an deiner Abend. Oh, geil. Also, heute Tag 2, Backfischfest-Umzug. Ihr fragt euch, wie haben wir es schon wieder hierher geschafft mit Auto? Wir sind nicht angemeldet, haben aber jedem erzählt, wir sind die Zugnummer 12. Das hat irgendwie funktioniert hier. Und wir stellen uns jetzt auch einfach mal dazu und tun so, als würden wir dazugehören. Mit dabei sind hier noch unsere zwei liebreizenden Assistentinnen vom Pop-Up. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Wir stellen uns jetzt irgendwo mal dazu. Also, wir müssen uns jetzt mal mit der Nummer 12 unseren Platz suchen hier. Die haben auch hier einen eigenen Umzugswagen, einen Fahrradwagen, wie wir sehen. Guck mal, wir werden hier sogar schon auf dem Umzug mehr oder weniger verewigt. Hashtag Terence Hill-Brücke. Wir brauchen mal Info. Wo müssen wir hin? Wir sind die Nummer 12. Das weiß ich nicht, ich brauche die richtige Nummer. Der steht auch schon wieder unter Stroh. Hallo Peter. Hallo. Wir sind Zugnummer 12. Weißt du, wo wir hin müssen? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist abwärts. Das war jetzt die 67 Sechsen. Ich glaube, wir müssten da... Nee, das ist die 71. Mach mal was. Ich bin doch jetzt gar nicht warm. Aber er kann den Fahrrad auch. Mach mal was. Okay, Rode, jetzt du. Also, das kann jeder. Hast du gesehen? Ja, ja, es ist eigentlich ganz einfach. Weißt du, wo wir hin müssen? Wir sind die Nummer 12. 12? Äh, das ist zwischen Pneins und Lier. Der grüßt natürlich wieder. Gestern haben wir uns hier auch gesehen. Ja, danke. Du darfst als erstes mal ansetzen. Bringst du mal einen guten Riesling? Aus, äh, aus einem Mal. Und werden? Ja, auf, der ist gut zu sein. Legende-Unzugang. Na ja, wir laufen jetzt 7 Kilometer. 7 Kilometer. Ich glaube schon mal von Pokémon, Alter. Eine wunderschöne Grunde, weil man vernünftig ist. Ein Riesling-Schaller ohne Riesling. Tschüss und Ahoy. Das glaubt ihr kein Mensch. Ja. Ja, da muss man ausmachen, klar und deutlich. Habt ihr noch einen Terence Hill dabei? Ah, nee, der liegt noch im Hotel, der schläft noch. Oh, der arme Mann. Aber so ist Backgeschäft. Hat, hat, hat. Ja, wieso, Leute? Aber ohne Bad. Ohne Bad, bitte. Wieso, Leute? Stabile. Ja, Frauen können auch bei uns erwerben. Die erste Prüfung muss sie bei mir machen. Klasse, Ekström. Der wackelt noch. Jo. Bier, gut. Scheiße, der Umzug geht los. Joa. Die wissen Bescheid. Ach, die Terence Hillbrücke, ein Dreifach-Dotter-Nuss. Ahoy! 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 Schenken wir Mexikaner aus! Das Mexikaner, das haut uns direkt fort. Ahoy! 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 Merkt ihr das, dass die Brücke wackelt? Ahoy! Alter, da ist die Terence Hillbrücke aber sicherer, ich sag dir das. Das Schöne ist ja, die ganze Zeitung schreibt von Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und sagen immer, ihr kommt hier nicht rein. Rucksäcke, alles. Also wir haben es geschafft, vier Flaschen Mexikaner einzuschmuggeln, in einem Umzug mitzulaufen und unser Auto auch noch da zu parken, wo du normalerweise nicht reinkommst. Und das mit der Nummer 12. Also ich muss sagen, das Sicherheitskonzept der KVG, das steht. Also das hier ist das Wormsor. Ein weiteres, nichtsbringendes Millionenprojekt der Stadt Worms, ähnlich wie die Terence Hillbrücke. Gucken wir mal, wer wir hier finden. Ah, die kennen wir von gestern! Die kennen wir von gestern! Was habt ihr da? Rucksäcke vorne! Ahoy! Ahoy! Glas voll! Ahoy! Ahoy! War ja klar! Glas leer! Der Rest läuft weiter, wir machen kurz mal eine Runde, um mal zu gucken, wer noch alles sonst da ist, außer der Nummer Drölln. Aber wir treffen die anderen gleich wieder am Marktplatz. Wir kriegen das hin. Ein Keks! Ich hab'n Keks bekommen! Ich hab'n Keks! Boah! Seid ihr aus Abendheim, oder was? Nee! Du bist verraten! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist neues Target-Ticket persönlich! Habt ihr schon abgelockt hier? Alles dabei? Alles dabei? Ich hab's nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Nummer mit dem Terence Hillbrücke, ich finde die ist so geil. Herzlichen Glückwunsch! Und ich finde auch die Bad Spencer Wiese super. Weil das ist einfach geil. Danke, Giesel! Hast du Hunger? Ein paar Paprika-Chips? Ja, danke für den Dank! Ein paar Paprika-Chips? Ja! Paprika-Chips! Ja! Verraten wir mal, wir haben ja das geschafft, dass wir mit dem Auto bis hierher gefahren sind, einfach eine eigene Nummer mit der Nummer 12 angemeldet haben und alle da dazugehören, weil wenn ihr die 12 seid, 12 ist irgendwo da vorne. Dann müsst ihr weiter. Das glaube ich da nicht, weil es nicht stimmt. Ich hab's auf Kamera. Ja, das sag ich mir doch mal. Die 12 fährt auch mit. Wo fährt ein 12 mit? Zwischen 12 und 13. Nehmen wir uns mal mit. Jan! Hi Peter! Hallo Jan! Alles klar! Du als größter Unterstützer der Terence Hillbrück ist? Ein tolles Wamser Wahrzeichen, ein neues ist geboren, Herr. Absolut! Absolut eine tolle Idee und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mich nächste Woche auch beim Herr Dobrindt persönlich nochmal entsprechend einsetzen, dass wir das dann auch ordnungsgemäß noch offiziell festgeschrieben kriegen werden. Ja, dass es klappt, oder? Absolut! Eine Bitte hab ich. Wenn der erste offizielle Versucherrundgang ist, würde ich mich gerne melden. Also ich würde mich gerne einmal dann von dir in das neue Wamser Wahrzeichen gerne einführen lassen. Das klingt ein bisschen schweinig, aber ja. Ich hoffe, dass das neue Wamser Wahrzeichen, das jetzt hier durch euch Kreative gekommen ist, dass da jetzt genug Leute da sind, die auf unsere Terence Hillbrücke da du passen. Nicht zur Not sollen sie halt wirklich ein paar Street Artists, die das richtig gut können und sollen so richtig schönes großes Konterpfeif am Terence da hinsprühen. Oh mein lieber Peter! Auf geht es nicht weiter! Sag mal, machst du auch mit? Wir wollen ja sowas wie, kennst du Carpool Karaoke? Carpool Karaoke kenn ich nicht. Das ist in den USA, da fährt er mit Michelle Obama und so Leuten, fährt er ein tougher Moderator. Ah, ok, ja. Wir würden das gern mit dir, Reitschul Karaoke. Ok, bin ich dabei. Ja? Wir beide im Revolution, wo wir singen und es war Sommer. Hahaha, im Revolution. Ach du Schande. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so Dinge erfahre ich ja wirklich äußerst gern. Dann ist es doch schon geklärt. Besucher rufen den Rundgang, erst darfst du auf die Terence Hillbrücke und danach ins Revolution. Alles gut, Peter. Gucken wir mal, was wir machen. Hahaha. Mal gucken, ob du dein Wort hältst. Hahaha. Der Altes hier, was ich für Spruche habe, habe ich eingehalten. Das stimmt. Das letzte Mal, als mir ein anderer Politiker was auf dem Backfischfest versprochen hat, musste ich eine Brücke an das Eiweih. Hahaha. Schaffst du das? Aber Revolution, da muss ich ja ein anderer suchen. Ah ja, wie wär's mit dem Kissel oder mit dem Kosubeck? Das überlass ich da in der Wahl. Fakt ist, Peter, wir hatten jetzt ein Fest. Wir zwei fahren Fahrgeschäft auf dem Festplatz. Und singen dabei und es war Sommer von Peter Maffei. Und du tust mir die wunderschöne neue Brücke einmal quasi als Touriguide zeigen. Ja, das Schild hängt ja schon. Und an den Wahlstand bist du auch herzlich eingeladen. Super. Ja, es gibt gratis Wein vom Metzler. Ich spiele noch eine Vorstellung, krabbert heute Abend. Ach du Schande. Du bist auch ein richtiges Multitalent. Danke, danke, danke. Gold ist ein Kerl. Jetzt hab ich noch mehr Angst vor der Brückeneinführung. Die Tanzschule im Park begrüßen den Backfischfestplatz mit einem dreifach Doppel in der Haar. A, 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 A. Und jetzt wird sie dich. Das ist geil. Und jetzt wird sie dich. Terrence. Yes. Terrence. Terrence. Hins. Danke. Etienne, komm mal her. Schmidt gehen wir mal her. Unsere Überbrücke. Danke, Kischen. Komm mal her. Du nimmst unber Easelt und er nimmt immer De Lappe. Das ist so anstrengend. Lino Matrölm, die der Hillbrücke. Ihr seht, da vorne kommt das Tor. Der Umzug ist vorbei. Wir verabschieden uns vom Wormser Backfischfest für den Sonntag und wir probieren noch einmal unser Glück. Eins, zwei, drei und Terrence! Ja, so funktioniert das hier. Wiedersehen! Oh oh oh! Gehalte einfach sein an das! Ahoi! 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 Hello! Hello! As the girls, kriegst the girls! Ahoi! 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 Ahoi!